Norddeutschland Wir sind mit der Kehrung der Kuh, sei auch etwas lecker parameters oder das kommt aber nicht Da kann der Luft gar nicht Angst nehmen, sonst soll er nicht stehen Aber das kann ich auch noch mit der Ebene im Faktor halten und zusammen scheißen Scheiße. Allerdings mache ich nirgends Fehler hier. Ich koche einfach nur hier mit Kerstrom. Und eigentlich war ich auch nicht so schnell. Hier ist schon ein bisschen das Kassmisch. Auch was das ist. Das ist ein bisschen zu Kassmisch. Wir werden übrigens auf dem Balkan noch werden. Ja. Da würde ich jeden Tag einfach probieren. Aber es geht jetzt noch keine Runde. Das weiß ich überhaupt nicht. Nein, das ist BMW. Oh, BMW. Weil so eines Ding ist, was ich hier hab. Das kennt sich. Das ist gar nicht so. Das ist so. Schwedische. Ja, Balkan war eines der Highlights. Und da werden wir nochmal wieder die Fragen haben. Deutlich interessanter noch als Schweden. Obwohl, ja. Muss auch mal gucken, ob wir in 10 Jahren mal wieder nach Schweden kommen. Aber es wird auch wieder auf dem Balkan. Und dann nochmal der erste Platz. Balkan kannst suchen. Ja. Es gibt natürlich verschiedene Regionen. Ich war. Die ganze kroatische Puste runtergefahren. Und. Ich hab das auch auf zwei Orte. Ich hab mich auch angeguckt in Kroatien. Und. Und. Auch da wäre schon interessant. Was soll ich das? Ähm. Ist dann. Und. Ist dann. Ist dann. Fricky. Fricky. Ist dann. Ich hab mich gerade angeguckt. Naja. Das war sehr vereinfacht. Was sagt. Abgelaufen ist. An. Ungefähr. Zwei Viertelhäuser. Wann der steht. Zugenagel. Und. Fenster runter. Teilweise. Und. Dann hab ich ja später nochmal erfahren. Und. Das. Die. Und. Jemand. Der. Aus dem S. Und. Der. Aus dem S. Aus dem Brasilien flüchten musste. Da gab es eine Entschädigung. Ja. Da hat vorhin gesagt. Du musst. Jetzt abbauen. Und. Dein Land wird dann eignet. Dein Haus. Und. Und. Dein Land wird dann eignet. Und. Das ist okay. Na gut. Der hat eine Entschädigung geklaut. Und. Worte da nicht mehr. In jeden Fall zwar. Das war aber nicht in den beiden Städten. Vielleicht. In den beiden Städten. Weil in beiden Orten. Und noch alles geringe. Jawohl. Jedenfalls. Und dann noch einige. Die haben auch wieder an ihren Häusern gebaut. Und die haben auch wieder was gemacht. Aber der ganze Ort war glaube ich jetzt. Und dann hat er. Vorartisch gemacht. Und. Aus dem Spanner noch nicht mehr. Es gab nur so einen. Gedenkstein. Aber von der anderen. Und dann auch. Sonst machen wir. Einen fließt. Einen fließt. Es ist nicht ein Gedenkstein. Bei den Gedenkenlanden sind schon. Vorregeln. Das ist nicht klar. Vorartisch. Und. Die Orte haben wir mal gekluckt. Und. Das ist schon. Ein bisschen. Korrekt. Aber das war ja ein bisschen. Ein bisschen her. Der Monterkrieg. Wann war der? 2.19. 2.19. 2.19. 2.19. Das muss ich wieder gehen. und da war aber Konzentration und da bin ich auch neun weil waren wir ein bisschen gut gefahren aber das war ja immer so auch und dagegen war auch nichts aber nicht im Garten ne Osniel Osniel da ist wenn du durch Sarajevo durchfährst Sarajevo ist ein ganz langes Tal das Tal und er ist eingebaut damit es in den Straßen kann und du kannst ja entweder ein Navigationsgerät oder ein Navigationsgerät einfach für Sarajevo eintippst dann fährst du das Tal rein und hinten am Ende jetzt legt man das Zentrum und dann fährst du wieder raus du kannst dann dann erstmal rechts gucken und dann fährst du das Zentrum und dann wird es abgehalten und alles kein Problem und rechts und links sind dann noch Häuser und dann siehst du noch die Einstürze von der Turbe und ein bisschen da laufen Aber das ist ja so weit oben, jetzt haben sie die nicht weggenommen die Erplatzung da an der Fassade zu sein Dann bin ich da ausgefahren aus Jetzt haben wir hier vorerst mal genau das Zeitpunkt Dann bin ich da eigentlich gefahren Dankeschön Schwarz, wie hier in der Kahn Schwarz von rechts und links von links Die Straße war 50 km lang Das hat auch eine Stunde gedauert Dann bin ich langsam gefahren nach rechts und 20 Sekunden Größer war jedes zweite oder zweite Hausfahrt Dann haben wir noch gut geschossen Um die Einschüsse runter zu sehen Verlageln, Bretter zu holen, Fenster zu belageln Einige waren aber nicht alle Einige waren wieder belegen und waren wieder weg in den Über die Hälfte der Fünften vorweg Die Häuser waren aber noch nicht wieder gut weil sie nicht wieder starten waren Wir konnten zunächst mal ein bisschen nach rechts und links ich habe hier eine kleine Zeitpunkt nicht mehr nach rechts und war Sie sind noch nicht mehr auf dem Weg Das ist noch nicht ganz einfach Ich bin schon mal der Kahn Je habe hier fliegt Mit diesem Rauf Ich habe hier ein paar Ich bin schon mal und vielleicht haben wir auch ein bisschen vorhanden hier die Späden auf den Teil und deswegen haben wir auch ein bisschen Späden aber hier liegt das Wasser auch mit Reflation Ich habe es heute eben gerade gesagt, dass wir damit die Sozialhilfe irgendwie nicht einstellen dann haben wir noch ein bisschen Vortrag gefliegt und dann haben wir den Zweiteil auf den Päggen Ich habe den Betracht hier für den KIT und den Päggen-Sation und hier ist die Päggen-Sation und hier ist die Päggen-Sation mit der Neutral und hier sind die DARS-Sage-Sage und hier sind die Päggen-Sation und hier ist die schöne Päggen-Sation und hier kann uns die Kante ab und hier ist die schöne Päggen-Sation und hier kann uns die Kante ab denn das ist die Päggen-Sation und hier ist die Karte über die M 들어�' plan 100.000加入 und hier sind die Päggen-Sation und hier haben wir also die Karte bis alles geht! Ein russischer Minister hat ja schon mal gesagt, es gibt ein Problem, wir wissen, wie wir fahren können. Und der russische Minister hat schon gefasst, wenn wir das fahren haben, einen guten Vertrauen geladen gesagt haben. Wenn die Städte kommen, werden besser mobile erledigt und starten. Sollt ihr fort in der VfG, weiße VfG, besser voller Sport, werden zuvor gelegt. Oder die Deutschen, auf die Schweden, oder die VfG. Da siehst du, wir werden uns auch nicht bestanden. Und deswegen auch. Also, die werden uns helfen, was auch ich sagen. Wie, das ist überall. Hass auch immer wieder. Das ist eines Sando Karlsruhe. Das ist Alexander Karlsruhe, also honorös. Der照 worldview hat ja schon mal Currently den Sieger, ist er auf Karstürkonten. Ja, das ist tossig. Und bei der Jochen Kong inside picture ist nicht in der Geschichte des Festival internet und den Opfer der你說icherung性. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Okay, look, don't watch there. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020